Ich bin hier, um heute auch ein bisschen der Öffentlichkeit zu zeigen, wie viele Leute wir mittlerweile in der Bewegung geworden sind und dass wir stark sind, dass man uns nicht mehr übersehen oder überhören kann. Wir alle vier wollen euch die Klinikbeschäftigten der sechs Unikliniken NRW, aber auch generell alle Leute, die glauben, dass eine gute Gesundheitsversorgung wichtig ist, am 7. Mai nach Düsseldorf einladen. Wir werden dort eine Woche vor der Landtagswahl mit einer großen Demo nochmal unser Anliegen deutlich machen. Wir wollen eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Krankenhaus. Wir wollen mehr Zeit für unsere Patientinnen und wir wollen bessere Ausbildungsbedingungen. Dafür setzen wir uns ein und dafür wollen wir euch herzlich einladen. Gemeinsam sind wir stark! Untertitelung des ZDF für funk, 2017